Da ist meine Mettnebel und nalig die Schirr. Geh doch weg! Was machst du im Busch? Outfit, Outfit, Outfit! Oh mein Gott! Ja! Okay! Nee! Reicht doch irgendwann! Der trifft ja gar nichts! Die waren nicht unter den Turmeln. Guck mal! Guck mal den Biggie! Guck mal den Biggie! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Kein Kilt! Nee, der trifft ja! Oh fuck! Oh, sorry! Oh! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Da ist Matkit! Da oben! Kannst dich markieren, aber da ist Matkit! Ja, ich sehe es! Oh mein Gott, mein Internet! Oh, nee! Nein! Oh, nee! Nein! Oh, nee! Nein! Oh doch! Oh! Nein! Oh Gott! Alles teleportiert sich! Da unten liegt noch ein Metzwebel! Mit Zwiebel? Vor dir unten! Mit Karotten, weißt du? Mit Karotten, weißt du? Neh, neh! Lebe ich noch? Hallo? du schießt die ganze Zeit nur um MPCs, weißt du nicht? ey, die sch*** von Haseln auf, got it! du hast diese Sprungfähigkeiten, diese komische Spruchflinther, damit kannst du fliegen jetzt springst du einmal und dann schießen die Spruchflinte halt wie Antriebs in die Gegend in die Richtung fließen kannst du nur nachladen oha, oha, oha hab zwei genockt, mit meinem Internet los Lukas, du schaffst das oh 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 ippig ich kann mich nicht nach vorne bewegen doch, jetzt so ich hasse mein Internet, ne? ja, ist gut ich will ja fast in meinem Monitor schlagen drauf doch neu ist ja, lustig da sieht es ja, hat doch erstmal den Druck ab und ja, ich atme 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 oh, Rossi, du hast ein Schal um ne, ein, ein, ein Tuch also, ein Multifunktionsduch das ist ein Schlauchschal zeig ich werde abgeschossen ich werde abgeschossen was hast du da für ein Muster drauf in den Biscuit vom ersten, cover vom ersten Album ah, ok wink doch mal für unsere Zuschauer ja, was sind die dumm denn wink doch mal für unsere Zuschauer hab ich doch ey, die sind oh mein Gott ich sehe es noch nicht ah, jetzt warum kann ich mich überhaupt bereit machen das heißt, ich kann mich trotzdem im Spiel rein loggen nein also, dann will ich zu lange auf euch warten, oder? sowieso es lebt nur noch 3,2 Moment, wer ist denn jetzt die Frau ach, du bist das Moment da ist noch einer ne, da ist nur ne Frau hm, das ist Lukas das ist Lukas das ist Lukas ah hä, der macht gar nichts nein, aber dein Kind ist ne Frau egal, das ist schon klar ne, du gehst uns auch ne Frau wir wollen nicht beleidigend wirken, Gordon warum beleidigend? meine Meinung Meinungsfreiheit ja, hallo oh, jetzt wissen wir was Lukas Spieler ach so ganz frei den Kala ach so ganz frei den Kala ach so ganz frei den Kala schala na 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 dreimal Kinder werden wir noch wach dreimal heißer, dann ist Weihnachtstag und hat fünf Minuten dauert ja ich schwöre, da hinten ist ein Adela können wir auch mal jetzt die schöne Illusion mal nicht kaputt machen oh, super episch hey, und dabei hast du nix gemacht ich weiß ja ok, ich mach auch nix immer aber so, zurück zur Lobby ja Lukas, lass das bitte was hämmerst du da die ganze Zeit rum? ich erinnere mir doch gar die eine ich weiß nicht was Lukas macht kann er mich nicht leiden oder was? ich kann dich verstehen was? Gordon Daniel Daniel und erst beim Reboot-Vans empfehlen naja, ich gucke gerade wo der ich beim Reboot-Van der ist keiner mehr der stadt hier gerade die Karawane zieht weiter der Sultan hat Durst ja geht er mit nem Hammer hin einfach oder er kommt mit nem Hammer zu dir naja das war's mir wert was ist das denn jetzt? das war's mir wert jod, nah mal hin boah nicht, jetzt kann meine Karte aufsammeln ach, hier kann man ja nicht bauen scheiße rossi holt Lukas hat schon okay, danke aber hier ist auch einer ohne Fahrt hinter mir hinter uns Lukas doch einer ohne Fahrt lass den blöd sind ja jetzt schießt doch jetzt 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 ich das fleisst das fleisst das fleisst ich ich was wer hat er hätte sonst probleme machen können wir haben ja ist das ding was du da gerade hingeschüßt was und was ein schliff fast ja was ist mit einem passiert ich hab das doch eben geschmissen und dann ist es über einen steigen freil bekommt er nicht drüber weg ich komme jetzt ärgert sich Lukas auch mit Schmerz Autor auch nur machen auf sich drauf jetzt go and the erst auf da kommen dass sie nur noch sieben Leute ist aber jetzt schaffen hier enttäuscht uns nicht sind es noch neun personen nein quatsch sind noch fünf personen sechs personen bei dem Hammer ja komm mal da noch vier personen nein drei fünf personen noch drei personen ist gar 1 0 super 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 10 kills chippa chops ich bin stolz auf dich du warst ja auch nicht dabei Lobby jetzt hättet ihr die Runde auf den Bienen hallo Leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht und